Oh shiit! Cleaner No Scope Deagle Headshot, alter. Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Challenge. Ja Leute, es ist soweit, es gibt wieder eine Challenge. Und zwar machen wir heute die No Scope Challenge. Das heißt, ich muss mit jeder Waffe einfach nur aus der Hüfte schießen. Ich darf keinen Rechtsklick benutzen, ich darf mich rein scopen. Und deswegen heißt die Challenge auch No Scope Challenge. In den verschiedenen Challenges kommen eine neue Waffe und vieles mehr. Unter anderem könnt ihr diese Tarnung hier kostenlos bekommen. Und alles was ihr dafür tun müsst, ist in den Fortnite Item Shop gehen und fix eintragen bei Supporter Creator. Ihr könnt natürlich jeden Creator eintragen, aber ich würde mich mega darüber freuen, wenn ihr mich eintragt als Creator. Und für alle Leute, die mich als Creator eintragen, verlose ich heute in diesem Video 5000 V-Bucks für einen Gewinner. Und wenn ihr mehr Chancen haben wollt, V-Bucks zu gewinnen, dann checkt auf jeden Fall mal meinen Instagram Account ab. Da läuft gerade ein fettes 20.000 V-Bucks Gewinnspiel. Deswegen einfach unten in der Beschreibung Instagram abchecken oder JoFix suchen und mir gerne ein Follow da lassen. Weil wir sind ganz kurz vor den 50.000. Ich würde mich mega freuen. Naja, genug gelabert, viel Spaß mit der Runde und let's go mit der Challenge. Schreibt mir weitere Challenges in die Kommentare, dann kann ich wieder ein paar Challenges machen. Und ich sollte ja nicht so schnell reden, weil sonst kann ich mich irgendwann nicht mehr verschwinden. Okay, wir machen jetzt die No Scope Challenge als erstes. Das heißt, ich darf nicht Rechtsklick drücken. Beziehungsweise wisst ihr, was wir machen? Wir machen einfach hier eine Tastaturbelegung. Zielen weg. So. Jetzt habe ich nicht mal die Möglichkeit, Rechtsklick zu drücken. Wir können jetzt nur noch No Scopes raus machen. Das heißt, Long Range Fights sollte ich eventuell vermeiden. Aber wir werden sehen. Ich glaube, es wird so verwöhnt werden. Hä? Yo! Oh mein Gott, der Trottel. Toll, hat der keine Shotgun-Amo gehabt? Oh Mann ey, für was kannst du überhaupt? Ganz ehrlich. Gib doch ein bisschen Shotgun-Muni wenigstens dazu. Drei Schuss, ey. Komm, Shotgun-Muni. Ah, verdammt. Get rekt, boy! Kämpfer Fix schlägt zu, Leute. Easy. Easy-Challenge, glaube ich. Ach, komm, Alter. Wie er kämpft, Mann. Ja, lächerlich, ey. Ja, wie er kämpft um sein Leben, Mann. Richtig lächerlich. Und dann kriege ich ihn auch noch halb. Scheiße, Leute. So, wir haben eine Waffe. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Wir haben eine Sniper. Damit können wir auf jeden Fall nicht arbeiten. Jo, bleib mal ruhig. Ahaha! Get rekt, boy! Da ist der No-Scope, Alter. Nein! Ich habe ihn auch gesehen, ey. Gib mir die Shoddy. Du bist tot. Wenn ich... Wow, ey. Gib mir so viele Hits noch. Nein! Oh! Oh! Oh mein Gott! Ich habe gedacht, das ist vorbei, Leute. Ich höre jemanden. Ich lande einfach auf seinem Kopf, ey! Ich lande einfach auf seinem Kopf, ey! Ey, komm! So ein Scheißlacker, Alter! Boah, mein Aim. Man kennt ihn nicht. Sniper kann ich eigentlich da lassen, ne? Ach, komm! Ach, komm! Ja, neun Schaden und 30 Schaden. Wahrscheinlich, ey! Und mit der Minigun. Scheiße, ey! Und mein Haus wird gesprengt. Man kennt ihn. Sniper kann ich eigentlich da lassen, ne? Ja. Ich habe checkt ja gar nichts. Ah! Nice one. Jetzt wird gesweatet, Leute. Ich habe so einen Nose-Kopf, Alter! Ciao, Leben! Wo bist du? Hello, hello! Ich kann dich holen. Alter! AIM! Man kennt ihn. Nicht hier im Stream. Surprise, boy! Komplett aus dem Leben gefeuert, der Arme. Mal schauen, ob ich diese Runde gewinnen kann oder nicht. Oh, bleiben sie ruhig. So Long-Rage-Fights sind halt nicht so gut für mich. Ach, Bro. Lass mich doch wenigstens einsteigen, Alter! Ja! Hm. Dass ich das überlebt habe, finde ich nicht schlecht, ey. Aber eigentlich gedacht, ich bin jetzt RIP. Aber er kommt anscheinend nicht nochmal mit dem Flugzeug her. Er hat Angst vor mir, weil ich ein paar Hals gedrückt habe. Oh, oder vielleicht, weil Zone 800 Kilometer weit weg ist. Das könnte natürlich auch sein. Oh, ich würde so gerne da drüben runterschießen, alles. Aber ich glaube, da ist niemand drin. Ja, ja, dann laufen wir mal eine Stunde in Zone, Leute. Let's go! Oh, shit! Cleaner No-Scope-Deagle-Headshot, Alter. Och. Der Arme. Schmeckt halt nicht wirklich gut, ne? Bleib mal ruhig, Alter. Kann ich scopen? Ja, wir haben ein Problem. Ach, komm. Das war ein Kamikaze-Spieler, Alter. Alter. Von wo? Der hat schon wieder geschossen, Alter. Von ganz dahinten. Ah, nein, von da. Oh, Alter. No-Scope-Laser. Ist da. Oh, und da unten haben wir einen Slurp. Schmeckt natürlich heftig gut. Und vielleicht wird das ja sogar noch was mit der 10-Kills-No-Scope-Challenge. Aber wir versauen ihm ein bisschen seinen Tag, okay? Okay. Oh, du Armer. Hast du 115 Damage bekommen? Ach. Das tun wir aber leid, ey. Okay. Ja, okay. Kein Problem. Ich frage mich, wo die anderen zwei Trottel rumhocken, ey. Da ist einer. Ach, komm. Alter. Er fuckt mich schon gut ab, Leute. Oh. Wo versteckt sich der Letzte? Ja, er stirbt im Sturm. Doch. 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 Leute. Easy. Easy. No-Scope-Challenge. Gemeistert. Nice one. Zehn Kills. Gegen solche Sweats schon wieder, ey. Vorbei, der war nicht gut. Alter. Ehre. Oh mein Gott.